servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute geht es alles um das thema world of warcraft wrath of the lich king classic denn auf dem blizzard content delivery network ist jetzt ein aktualisierter beta bild aufgetaucht mit dem login screen also wir haben in diesem video noch mal richtig viel nostalgie drin ist dass euch wenn ihr damals angefangen habt ihr werdet gänsehaut bekommen und das ganze könnte darauf hindeuten dass das ganze dass die beta zu wotlk classic bald startet alle informationen im video und wir starten auch direkt rein kurz zur erklärung dass content delivery network cdn ist sowas wie das interne netzwerk von blizzard wenn die auf ihre internen server etwas hoch pushen kann man davon ausgehen dass es vorbereitet wird zum release für die spieler das ganze lässt sich noch nicht über unsere launcher runterladen aber laut wow hat haben sie herausgefunden dass unser battle net launcher schon darauf vorbereitet ist die beta zu starten und zu installieren runter zu laden und so weiter also genauen termin dafür ist noch unbekannt aber da wotlk classic ja noch in diesem jahr erscheinen soll gehe ich mal stark davon aus das dauert definitiv nicht mehr lange bis ihr starten könnt in einem weiteren interview hieß es womöglich juli august vielleicht auch schon früher wir werden sehen und jetzt kommen wir zum das ist jetzt schon halt gedatamined wurden in diesem content delivery network der offizielle login screen zu wrath of the lich king classic erkennen wir auch an dem aktualisierten logo oben links und ja wir starten wir gucken uns einfach mal an holy shit wenn ich das sehe und höre es ist so fucking epic also ich gehe sehr stark davon aus dass ich dabei auch ein bisschen durch die rosa rote brille blicke weil ich eben mit wotlk angefangen habe und da es bis heute mein lieblings addon ist und auch artha ist meine lieblings figur und ich einfach das ganze setting epic finde aber allein diesen login screen wieder zu sehen ich würde so viel dafür geben wenn man sich mittlerweile aber es nicht aussuchen könnte welchen login screen man beispielsweise beim start ins spiel bekommt das fände ich so geil ich würde nur wotlk nehmen ich liebe es es bringt einfach die stimmung dieses addons perfekt rüber und ich finde es auch schön dass wir da ein sehr dynamisches objekt drin hatten ich meine bei legion und so weiter hat so auch dieses dunkle portal was sich in sich bewegt hat aber hier mit diesem frostwürm der angeflogen kommt das hat halt einfach nochmal eine ganz andere geschichte hier haben wir dazu noch ein paar screenshots und ja man erkennt beispiel auf dem bild kann man schon ganz gut erkennen dass das addon einige jährchen auf dem buckel hat und das model so heute wohl nicht mehr im spiel anzufinden wäre also es wäre noch genauso eckig und kantig höchstwahrscheinlich das ändern blizzard ja nie das ist ja auch so ein bisschen der stil habe ich hier zum beispiel die texturen auf den knochen am flügel und so weiter die sind schon nicht mehr so top aktuell aber nichtsdestotrotz wenn ich das ding sehe kriege ich ein feuchtes höschen und ja einfach exorbitant geil werde ich wrath of the lich king classic spielen ich hätte großen bock drauf weil es eben das addon war mit dem ich in ww eingestiegen bin werde ich es durchziehen höchstwahrscheinlich nicht weil ich muss am ende sagen ich finde es ein bisschen schwieriges thema für blizzard scheint es sicher zu lohnen sonst würden sie die classic server nicht machen aber ich bin mittlerweile auch so gewöhnt an die ganzen features und komfortfunktionen die man hat mittlerweile in dem spiel dass sich diese ganzen classic versionen für mich wie ein rückschritt anfühlen ähm vanilla und tbc habe ich halt mal getestet weil ich damals noch nicht gespielt hatte aber ich muss halt einfach sagen ich bin dafür nicht der spielertyp mir hat das nicht so viel spaß gemacht beziehungsweise ich glaube vanilla habe ich ungefähr 40 stunden durchgehalten bei den crusade waren es drei äh und dann bin ich rausgegangen es war jetzt auch nicht so wirklich viel aber für mich ist halt mittlerweile äh retail einfach da habe ich die meiste zeit reingesteckt und das kann ich einfach nicht so liegen lassen ähm ich werde definitiv mal reingucken und ich werde wahrscheinlich zehn minuten vor diesem login screen sitzen und ihn einfach anhimmeln aber wie viele ich entletzen in der spiele weiß ich noch nicht also möglicherweise kommt jetzt in den nächsten wochen die beta raus schreibt mir mal gerne in die kommentare werdet ihr es spielen werdet ihr die beta spielen freut ihr euch drauf ja nein vielleicht oder mögt ihr lieber kekse damit danke fürs zusehen wenn euch das video gefallen hat lasst sehr gerne ein like und ein abo da damit unterstützt ihr mich enorm und ich würde sagen schönes wochenende euch reingehauen